Musik Man taucht in so viel Herzlichkeit, in so viel Liebe, und es ist eine sehr entspannte Situation, obwohl es eine Sportveranstaltung ist, und von einer Sportveranstaltung strebt man immer nach Höherem, nach Schnellerem, nach Idolen, und da geht es um die reine Sportkultur. Also diese ganze Stimmung, ich war jetzt drei Tage in Schladming, und wenn man durch die Stadt geht, da geht es plötzlich um andere Dinge, da geht es um Offenheit, dass man den Menschen auch begegnet, man schaut Menschen, ob gesund oder mit Beeinträchtigungen, ganz anders in die Augen, und ich hoffe ganz stark, dass dieser Funke auch dann hinausspringt. Musik 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 Musik